Die sind hier verpackt, was soll ich dir hier rumstehen? Ich glaube, wie ich hier. Ich werde hier noch verseucht mit der Ratgooseuche, die gerade hier herrscht. So, hier wieder zumachen. Ich glaube, ich nehme den Gleiter, warte mal. Der gefällt mir, glaube ich, noch am besten hier. Na? Als ständigen Geleiter hier. Ja, der ist so schön, der gefällt mir. Ja. Der number. So, warte mal, wo müssen wir hin? Ähm, da, 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 hier. Drum und Kass Abflüge machen wir jetzt. Also in die Richtung. Ich habe mir gerade noch ein paar Sammelberufe ausgesucht. Und noch, ähm, andere Waffen und, ähm, Gleiter und was man so halt so für den täglichen Gebrauch halt so braucht. Ähm, wir könnten natürlich jetzt über die, über die Black-Telle machen, machen wir aber nicht. Nein. Wir gehen jetzt ganz normal. So. Ich vermute mal, dass es hier ist. Ist das Drum und Kass? Ja, hier. Pfähre nach Drum und Kass. Ab dafür. Äh, so. Drum und Kass, Mako. Dann. Dann. Schwing mal deinen süßen Hintern hinten drauf. Und dann. Gucken wir mal. Wir müssen in die Richtung. Da geht's raus. So. Hier müssen wir es mal einchecken, sozusagen. Uh, Raumhäfen riechen auch alle gleich. Nach Abgasen, Kühlwasser und Raumreisenden, die seit einer Woche nicht gebadet haben. Schnell raus aus diesem Gestank. Ganz gleich wie der Rest von Drum und Kass aussieht, die Luft wird auf jeden Fall besser sein. Da geb ich dir recht. Ich hätte nicht gedacht, dass das dein erster Besuch auf Drum und Kass ist. Brayden und ich sind viel herumgekommen. Aber hierher haben wir es nie geschafft. Denk dran, dies ist eine imperiale Welt. Das heißt Regeln, Regeln und noch mehr Regeln. Wenn wir den Obrigkeiten auffallen, können sie uns das Leben zur Hölle machen. Ich falle gern auf. Woher wusste ich nur, dass ihr das sagen würdet? Los, die Mandalorianische Enklave liegt in der Zitadelle. Unsere Kontaktperson heißt Christa Markon. Christa, ich erinnere mich. Die hat eine Frisur. Ihr wützt es nicht glauben, aber ihr werdet es gleich sehen. Eine Frisur. Voll wützig, so. Jetzt können wir ihn gleich benutzen. Wir brauchen jetzt nicht unbedingt laufen. Zack. So. Oh, sie haben Post. Ah, sicher auf Coruscant. Alles klar. Das ist die Wissenschaftlerin, die wir vorhin ja zur Flucht geholfen haben, sozusagen. Und die ist jetzt auf Coruscant. Alles klar. So, wir müssen jetzt... Ich vermute mal Reise nach Car City. Ja, auf jeden Fall. Wird jetzt zwar nicht angezeigt, aber wir müssen normalerweise dorthin. Mandalorianische Enklave. Oh, ein kleiner Ausflug hier. Ha. Oh, das ist auf. Oh, uns macht es auch in der Tatrile. Oh, eins. Oh! Oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Dann komm so schnell wie möglich hierher zurück. Kein Thema. Das machen wir doch. Glatt. So, wir müssen, glaube ich, hier raus. Zack. Oh. Können wir was lernen. Durchschlagende Blaster. Sehr schön. Elektrofeil. Dankeschön. Opidopi. Warte mal, das ist für mehrere Ziele gleichzeitig. Das packen wir uns auch mal hier hin. Erstmal. Und das war da. Das war ja nicht so wichtig. So. Also, suche im Lager nach Hinweisen. Das machen wir doch mal glatt. Wie lautet der Bestimmungsort? Hörte mal, das Ding war wo gewesen? Ist das richtig? Na komm, es ging erst mal hin. Schauen wir mal, ob das richtig ist. Dieser Punkt. Manchmal spielt das Navier und dann kommt man ganz woanders raus. Schauen wir mal. Ich hab's mir doch gedacht. Hier sind wir ganz falsch. Wie lautet der Bestimmungsort? Äh, wir sind hier ganz falsch. Wir gehen, warte mal, äh, Tempestgleiter oder was ist die gewesen? Hier, Mauergleiter? Mauergleiter, nicht? Warte mal, schauen wir mal auf die Map jetzt. Da müssen wir hin. Genießen Sie Ihren Aufenthalt. Das war ja manchmal Spitz-Navi hier. Das ist halt nicht auf jedem Planeten so. Da muss man dann mal ein bisschen korrigieren. Oder vorher auf die Map schauen, wo man genau hin muss. Ja, besser. Hier sind wir näher dran. So, dann suchen wir jetzt mal den. Adeligen Sklaven. Wo auch immer er sich hier auffällt. Wir werden ihn schon finden. Jetzt versuchen wir es mal so ein bisschen hier zu umgehen, sag ich mal. Ups. Ja, das sieht doch gut aus. Guck, ob da gerade eine durch ist oder ob ich mich jetzt durchkämpfen muss. Ah, hier ist eine durch. Sonst hätten hier Gegner gestanden. Der war es gewesen. Ein Bantisch. Alles klar. So, wo finden wir denn jetzt hier weiter hier geradeaus? Ich glaube nicht, dass es ein Bonus... Meinst du, wir gucken einfach mal nach, ob es einen Bonus gibt. Oh, es gibt einen fetten Bonus. Dann schaut mal ein paar Leute aus. Und da. Und da. Und da. So, wir müssen in die Richtung, aber wir brauchen nur noch sieben noch. So, wir müssen in die Richtung, aber wir brauchen nur noch sieben noch. So. Wir sind auf den richtigen Weg auf jeden Fall. Die da vorne noch und dann haben wir es eigentlich. Wo ist er? Da. Mein geliebter Altaka. Als ich deine Nachricht erhielt, konnte ich es kaum glauben. Wir haben uns nach all diesen Jahren endlich gefunden. Oh, sieht aus wie ein Liebesbrief. Von niemand geringerem als einer imperialen Adligen. Wie pikant. Pass gut auf. Das könnte uns helfen. Na klar. Die Macht muss dich hierher nach Drum und Kars geführt haben, geliebter Altaka. Fürchte dich nicht wegen deiner Notlage. Ich habe Freunde in wichtigen Positionen und für den richtigen Preis werden sie mir helfen. Wenn die Sklaven ihren jämmerlichen Aufstand proben, wird dich ein Mann in Lumpen aufsuchen. Er wird dich zu mir führen. Ich werde behaupten, dass du mein verlorener Bruder bist. Wir werden Lord und Lady Daka sein. Leider kann ich dich nicht von diesem Planeten fort zu deiner geliebten Familie bringen. Aber ich werde dir hier jeden Moment zur Freude machen. Unser Lebensstil wird von allen beneidet werden. Und wir werden jeden Abend Partys im Nexus-Raum besuchen. Sei bereit, mich zu treffen, mein Geliebter. Moment. Die Lady ist seine Geliebte, aber er gibt sich als ihr Bruder aus? Ekelhaft. Wir finden diese Spinner dann wohl im Nexus-Raum. Dieser ganze Planet ist verrückt. Das stimmt allerdings. Na los. Statten wir Lord und Lady Daka einen Besuch ab. Ich folge euch, Boss. Sehr schön. Wie gibt es diese Nexus-Raum-Kantina? Das machen wir glatt. Da können wir von hier aus einfach hin. Dead East, Wörtermarker City, Nexus-Raum-Kantina. Seht ihr? Zack. Hier und sein war Scotty Energie. Hier scheint ja ganz schön was los zu sein. Anscheinend verstehen die Imperialen doch so etwas wie Spaß. Das denke ich auch. So, und jetzt suchen wir jetzt unser Ziel. Müssen wir was verkaufen oder so? Seht ihr etwas, das euch zusagt? Ja. Das ist gut. Was ist das hier? Oh, gehackte Technik-Teil. Behalten wir erst einmal. Behehrt uns bald wieder. Obwohl, nee, brauchen wir nicht weg damit. Schrott. Da, Sir. Genau wie ich sagte. Ja, das ist sie. Kopfgeldjäger, ich bin Sergeant Wallachs von der Imperialen Marine. Ich befehle euch, eure Waffen und eure Ausrüstung sofort zu übergeben. Wirklich lustig, Sergeant. Und, habt ihr euch den Witz allein ausgedacht? Werdet jetzt nicht frech. Abschauen. Ihr seid hier nur ein Außenseiter. Ich kann euch erschießen oder festnehmen. Ihr entscheidet. Sergeant, hier spricht Harro Blood. Habt ihr meinen Auftrag schon erledigt? Blood, mieser Mistkerl. Verdammt! Ihr solltet mich doch nicht auf diesem Kanal kontaktieren! Ihr lasst eure Drecksarbeit von anderen erledigen? Das ist schwach. Das ist wirklich lächerlich ermüdend. Sie lebt noch. Was ist los mit euch, Sergeant? Hä, Sir? Wer ist der Typ? Wir sprechen uns später, Blood. Ignoriert das Gerede, Männer. Kümmern wir uns um diesen Flüchtling. Ich weiß nicht, was hier vor sich geht, aber irgendwas ist hier faul, Sergeant. Ja, entweder ihr beteiligt uns an diesem Deal oder wir verschwinden. Ihr wollt euch nicht wirklich mit mir anlegen. Gut, ihr bekommt einen Anteil. Nichts nutzige, gierige Schurken. Und jetzt Angriff! Tja, wir wollten es ja nicht anders. Ja, das war's schon. Guck an, oh, da sind sie. Ja, kann ich euch irgendwie helfen? Liebling, bitte sprich nicht mit diesem dreckigen Wackerbunden. Diese Person hat hier nichts zu suchen und wir sollten nicht den Eindruck erwecken, als wäre es uns recht. Komm, gehen wir etwas trinken. Ich weiß, wer ihr wirklich seid, Lord Darker. Dann wisst ihr, dass ihr mich zu, äh, fürchten habt. Hört auf, mit mir zu reden. Lass gut sein, Liebling. Spürst du nicht diese selbstgefällige Erkenntnis in ihr? Wir wussten, dass es irgendwann dazu kommen würde. Ja, wer hätte gedacht, dass es Probleme gibt, wenn man was mit seinem eigenen Bruder anfängt. Ihr kennt also unser kleines Geheimnis. Du hast kein unbedeutendes Wesen wie ihr nur wollen. Was bewegt euch dazu, einem Adeligen zu drohen? Das ist mein Beruf. Ich bekomme einen Haufen Credits, wenn ich ihn in die Republik zurückbringe. Ihr meint zu meiner Familie? Ja, aber ich dachte, du hast gesagt, ich sei gefangen. Dass ich meine Familie vergessen muss. Dass diese, diese Scharade die einzige Chance sei. Beherrsche dich, Liebling. Ich mag ein wenig übertrieben haben, aber war es nicht schön hier? Die Feiern, die langen Nächte, die Intrigen. Du Hexe! Als Spielzeug hast du mich gehalten. Dabei hätte ich daheim sein können. Bei meinen Schwestern und meiner lieben Mutter. Oh, du bist so ein Jammerlappen. Ein Wunder, dass etwas wie du adelig sein kann. Ich mache ein neues Geschäft mit euch, Kopfgeldjäger. Nein, danke. Ihr werdet Altaka jetzt freigeben. Stellt meine Geduld nicht auf die Probe. Es gibt nur einen Grund, dass ihr noch lebt. Ich will keine Szene. Daran hättet ihr denken sollen, bevor ihr einen Adligen der Republik zum Liebhaber nahmt. Ah, ich bin kurz davor, euren Tod herbeizusehnen. Liebling, mein geliebter Altaka. Willst du nicht lieber bei mir bleiben, als zu deiner erbärmlichen Familie zurückzukehren? Was? Natürlich nicht! Du behandelst mich wie ein Haustier und dieser Planet ist widerwärtig. Lieber würde ich... Ja, ja, du hast einen langweiligen Standpunkt deutlich gemacht. Gut, dann schlage ich vor. Ich nehme an, Altakas Familie zahlt weniger für seine Leiche. Beseitigt ihn, zeigt mir den Schein und ich zahle die Differenz. Was? Du willst, dass ich sterbe? Was für eine Hexe! Nee, mir ist er lebt lieber. Oder die Lady da aus dem Weg räumen. Dann könnte Marco sauer sein. Ah, das ist doch mal so fies. Ne, komm hier, egal. Ich töte niemanden, wenn es nicht sein muss. Ihr habt da einen großen Fehler gemacht. Nehmt, nehmt das Ding mit und geht. Leute wie ihr gehören hier nicht her. Ihr macht mir keine Angst. Erbärmliche Hexe. Geht einfach. Warum brennen die auch immer alle weg? Hat mein Dio versagt oder so? Oder warum brennen die auch immer alle weg? Ja, okay, dann gehen wir mal einfach. So, wo sollen wir überhaupt hin jetzt? Wir kehren zu Crystal zurück. Das machen wir doch glatt. Zack, die war hier gewesen. Einfach mal schnell hinbieben lassen. So, warte mal, müssen wir mir doch was verkaufen, reparieren oder so. Benötigen Sie medizinische Hilfe. Naja, alles gut. Legen Sie Pol. Super. War sie nicht hier? Eigentlich steht sie da. Hallo, Jäger. Da draußen geht es ganz schön heiß her. Ein paar Jäger sind im Dschungel krepiert. Den großen Trandoshaner haben die Imperialen verhaftet. Und du hast einen nicht auffindbaren republikanischen Adligen gefunden. Seine Familie war ziemlich großzügig, was die Lebenprämie betrifft. Ich brauche insgesamt drei Kopfgelder, um in den Endkampf zu kommen, richtig? Hast du Angst, die Regeln ändern sich wieder? Noch nicht. Immer noch drei zum Sieg. Dein zweites Kopfgeld ist ein bisschen mysteriös. Anscheinend mischt derjenige, der es auf dich abgesehen hat, munter weiter die Karten. Das überrascht mich nicht. Was ich hier habe, ist eine vertrauliche Anfrage mit roter Fahne vom Imperialen Kommando. Keine Details, nur leuchtende Warnhinweise und ein Kontakt. Admiral Frabal, Imperiale Marine. Immerher damit. Und ich statte diesem Admiral Frabal einen Besuch ab. Sieh dich vor bei dieser ersten Plauderstunde. Du hattest wohl noch nicht viel mit den Imperialen zu tun, oder? Gegen sie wirken die Hutten noch ehrbar. Hier ist der Zettel. Frabal ist in der Stadt, gar nicht weit weg. Los, hol ihn dir! So. Einfluss ist auf fünf gestiegen bei Marco. Ja, wunderbar. Warte mal, klappt mal hier kurz bei Chris. Nee, ich gehe mal raus hier. So, unsere nächste Aufgabe wäre, begib dich zu Admiral Frabal. Okay. Schauen wir mal nach, wo der jetzt genau steht, der Kerl. Ja, was für ein herrlicher Planet hier, nicht? Was für ein dunkel. Ja, echt so. So, Leute, ich mache jetzt mal einen Cut hier. Und beenden Sie die Aufnahme. Und ja, dann beim nächsten Mal gucken wir uns mal das Büro von Admiral Frabal an. Mal sehen, was der uns so zu erzählen hat. Und würde mich freuen, wenn ihr mal was in den Kommentaren schreibt. Oder halt auch mal Daumen hoch. Das wäre echt super von euch. Dankeschön. Und ich sage mal, bis zum nächsten Mal. Euer Rude. Tschau. 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 Vielen Dank.